Moin Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Heute spielen wir mal was ganz Neues und zwar Fleshing Lights. Und ja, wir haben hier gerade, also wir sind heute als Feuerwehrmann unterwegs. Ich habe hier ein paar Mods installiert, wie ihr sehen könnt. Normal ist das Spiel auf amerikanisch, also man ist normal mit der amerikanischen Feuerwehr unterwegs. Aber ich habe mir deutsche Mods installiert. Und ja, ich würde sagen, wir rücken direkt mal zum ersten Einsatz aus. Und zwar ein Containerbrand. Unterwegs sind wir mit einem TLF. Ihr kennt ja wahrscheinlich auch daran, dass das nicht typisch deutsch ist, dieses Fahrzeug. Sondern so einen amerikanischen Aufbau hat. Wenn ich mal was anderes spielen soll, außer Feuerwehr, so, zum Beispiel Rettungsdienst oder Polizist, schreibt es mir auch in die Kommentare. Und ja. Direkt hier vorne, wie ihr unten auf der Minimap sehen könnt. Vorne ist das gleich. So, steigen wir mal aus. Löschen wir mal das Feuer. Den wir hier erstmal mit Atemschutz ausrüsten. Leider gibt es keinen deutschen Feuerwehrhelm. Deswegen müssen wir halt ohne Helm spielen, damit das... Auch in den anderen... Den hier. So. Löschen wir jetzt mal das Feuer. Ein Satz beendet. Können wir wieder ablegen. Genauso wie den Atemschutz. Und warten jetzt mal auf den nächsten Einsatz. Der nächste Einsatz ist da. Und zwar ein Gebäudebrand. Das müssen wir jetzt auch direkt mal aus. Antwortcode 3. So. Wir sind auch schon da. Mal gucken. So, das ist, ob das hier unten das Gebäude ist. Hier oben. Hier oben das Gebäude. So. Bisschen hoch. Ich glaube, eine Leiter wird auch zum Vorteil. Gucken wir mal, ob ich eine Leiter hier drin habe. Hier haben wir auch eine Leiter. Ich weiß, dass es jetzt ziemlich unter der Liste ist, dass man das so hinstellt. Wir fahren die mal aus. Wir stellen die mal so hin. Genau. So nicht. Die tatsächlich hier irgendwie anstellen. Legt die erstmal auf den Boden. Wir probieren erstmal das Feuer so zu löschen. Ich hoffe, dass es klappt. Weil wir kommen halt nicht so weit hoch. Wir können das halt zu schräg probieren, aber ich brauche halt keinen Leiterwagen. Wir kommen hier in der Leiterwagen. Wir kommen gar nicht so weit hoch. Ich sehe das so auch gelöscht? Wir kommen hier in der Stanz um. Bei einer bestimmten Distanz. Super. Ich weiß, nicht gerade sehr realistisch hier. Mal hat man ja dann noch die Drehleiter. Alleine darf man leider nur ein Auto nehmen. Sonst hätte ich gesagt, tun wir jetzt noch die Drehleiter. So, hier brennt auch alles. Mischen wir das mal. Wenn ihr mal Spiele mit mir spielen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Und ich bin am überlegen, ob ich einen Discord-Server machen soll, wo ihr dann kommunizieren könnt. Und so weiter. Schreibt mir eure Meinung mal dazu in die Kommentare. So. Andere Spiele könnt ihr mir auch gerne empfehlen. Ja. So. So. Und ordentlich. So. Wir hätten vielleicht auch die Straße sperren müssen. Ein bisschen mehr Realismus. Aber ich glaube, es geht tatsächlich auch so. Die Seite steht komplett im Vollbrand. Ich weiß gar nicht mehr, wie man in einer Ego-Perspektive kommt. Beim Auto weiß ich nicht. So, jetzt nur noch ganz hoch. So, zum Glück geht das so. So, Einsatz beendet. Perfekt. Wir legen wieder unsere Ausrüstung ab. So. Und warten wieder auf den nächsten Einsatz. So, der nächste Einsatz ist da. Und zwar ein Containerbrand. Ich denke mal, hier läuft irgendwo ein Brandstück da rum. Aber ich glaube, diesen können wir diesmal direkt mit dem Feuerlöscher. Hier auch nicht. Irgendwo ist er. Ich hoffe, der ist nicht. Ah, genau hier. So. Nehmen wir mal den Feuerlöscher. Hier ein kleines Feuer. Sind ja jetzt auf einer Distanz. So. 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 Keine Feuerlöscher aus. Würde ich sagen. Warten wir wieder auf den nächsten Einsatz. Zum Glück gehen manche Einsätze ziemlich schnell. Und der nächste Einsatz ist auch direkt schon wieder da. Das war ein Gebäudebrand. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir da am schnellsten hinkommen. Die Hof. Das ist im anderen Stadtgebiet. Das hier könnten wir einfach gleich auf die Autobahn. Yo ist auch schon der einsatz so als erstes müssen natürlich wieder mit atemschutz aus dem einheiligen gucken direkt erst mal ob der personen drin sind und liegt auch schon jemand so denken die person und direkten kranken war anfordern dann gucken wir mal weiter ich glaube hier ist sonst keiner mehr hier ist noch jemand hierfür fordern wir löschen jetzt das feuer so 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 hier ist noch alles verbraucht ich glaube offen das print ist auch noch wie mir wieder machen wir nehmen doch mal lieber die leiter so so perfekt dann gehen wir hier hoch und löschen oben so dann entlüften wir das hier so warten wir jetzt heute da ist dann würde ich sagen das war es mit dem video danke fürs zusehen lass gerne ein like und ein abo da und dann würde ich sagen sehen wir uns das nächste mal wieder bis dahin ciao ciao ciao